Moin Leute was geht und ihr habt jetzt gleich erstmal das Husten von meinem Bruder gehört das heißt es ist wieder Left 4 Dead am Start Oh ja Und das ist nicht kein Dual Commentary, nein das ist ein Triple Commentary Sag mal hallo, Sportel Nein, das war natürlich nur ein Spaß Ja, ja, das ist übrigens der gute Karuso, der da mit der Maschine Ja, das ist der gute Karuso, den kennt man schon Den kennt man schon, aber der zockt hier nicht mit, weil hier sind nämlich wieder Louis und Francis am Start Und der Fuffi und der Karuso, der zockt Dead Space 2 im Hintergrund und gruselt sich einen ab Ja, perfekt So, die Map ist... Ich brenne förmlich Oh, oh Habt ihr das gehört? Brennst du jetzt bestimmt wirklich gerade Also die Map heißt Back to School, das ist eine Custom Map Ah, genau Und sie ist von anderen Spielern erstellt und den Link werden wir auf jeden Fall in die Beschreibung tun Stimmt doch Hast du deinen Ton jetzt richtig eingestellt, Mann? Ja, ich denke schon Oh, da sind ja Zombies Ja, schon seltsam so, dass die in Left 4 Dead vorkommen, oder? Fuck, Alter Ah Oh Gott, ich liebe diese Spiel Oh, ich hatte gerade einen FPS Einbruch Das wundert mich gerade, ich verliere viel zu wenig Ich bin mir gerade ehrlich nicht sicher, ob das jetzt wirklich auf Advanced ist Ist egal, ist egal Das kommt mir irgendwie so vor wie Easy Du bist einfach zu gut Ja, deswegen schlag... Ey, ich verliere nur eins Das ist auf jeden Fall auf Easy Fuck Egal Egal Gut, dann spielen wir es halt auf Easy Nicht auf Advanced Ja Wir sind überfordert mit dieser Kampagne Okay, passt Egal, wir sterben bestimmt trotzdem Oh, fuck Charger Ich bin hier voll in Konzentrationsphase beim Zocken Ja Aua Halt die Fresse, Bill Oh 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 Lass mich in das Haus rein, verdammt COD Pro COD Pro Ja, Luca, schlag die Tür ein Du kannst sie auch aufmachen Ich geh nicht auf, man Du kannst sie auch aufmachen Hey, ich konnte die nicht aufmachen Klar Hat nicht funktioniert Hab ich die Taste umgestellt? Shit Warte mal Äh Äh Ich hab ne Bratpfanne Pipe Bombs Wo? Da Ne, ist die richtige Taste Seltsam Okay Ich hab ne Pipe Bombs Nice Moment, return to game Okay, so, jetzt bin ich wieder da Hä, warte, Taschenlampe? F Okay Warte, nicht ohne mich hier die Treppe hochgehen Ah Oh mein Gott, da unten war ein Waffenschrank Warte mal Oh, ist keine Waffe drin Ah, hier oben ist ein Baseballschläger Hm, ne, das ist nicht geiler Was? Wo ist denn hier da? Den hab ich jetzt genommen Oh 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 Ah, hier Dachboden, Lukas Komm Oh Gott, scheiße Komm mit Ah Ähm, das da vorne sieht verdächtig aus Lukas, komm mit zum Dachboden Äh, ich bin vor dir schon Ich bin schon oben Achso, hey man Voll unfair Äh Ah, destroy Soll ich mal destroyen? Ja, ja, hau mal rein Wow, wow, wow Ich bin eingestürzt Ich bin eingestürzt hier Fuck Komm wieder hoch Oh Gott, jetzt komm Hilfe, Hilfe Nein Nein Geil Nein Shotgun, Shotgun Okay, das ist die gleiche, die ich hab Oh, das ist meine, die hab ich da hinten Ich stell mich an die Leiter Fuck, sie kommen hoch Ah, da kommt nichts drauf, Alter Bam Zwei Zombies gekommen, so ne Scheiße Ihr tötet die alle da hinten Bam 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 Oh fuck, die kommen hier über Oh Gott, Charger, Charger Was? Lukas, du musst da doch aufpassen Ja, die kamen durch Fenster rein auf einmal Die kamen durch Fenster rein Pfff Hit no man Du bist ein Fenster Nein, ich hab mir eine Pile vorgelegt Nein, ich hab mir eine Pile vorgelegt Du wirst dann zwischendurch immer mal irgendwas ein hier So Er ist, er ist, er ist der Statist Ja Oh Gott, die haben mich vom Haus runtergeworfen, Leute Alter Ich bin voll aus der Übung bei dem Spiel Ich bin voll aus der Übung bei dem Spiel Obwohl ich mich extra eingespielt hab so die letzten Tage Noch mal ein paar Kampagnen und so Du hast überhaupt nicht Er ist nicht eingespielt Vielleicht sollten wir einfach mal nach da unten gehen, wo was weggesprengt wurde Das sollten wir mal tun Da hat's ja gebrannt Äh, äh, denk Da kann man runterspringen, das ist gut Ja, voll Parcours, Alter Manchmal, wenn ich so neu Wenn ich so neue Ebenen gehe, dann hab ich manchmal so FPS-Einbrüche Dafür kann ich leider nichts Das ist eine Machete Sauber Das klingt an Fraps Die haben versucht, das mit Dick Story aufzunehmen, aber das laggt extrem Pillen, pillen, pillen Ah, put in den Pillen, Alter Ich glaub, wir müssen da durch Warte mal Warte mal Stimmt, vielleicht sind hier sowas wie Easter Eggs oder sowas Das wär nice Oh, warte, Jockey Wo denn? Oh, fuck Ja, verrückt natürlich erstmal voll ins Gesicht dieses pädophilische Stück Scheiße Ja Wow, das war ne kranke Lache Ja Oh, ich hasse das, weißt du? Wenn so ne Schwuchte wie Francis da hinten kommt und mich versucht zu heilen, Alter Weißt du? Klebt da mir so am Rücken und ich kann mich nicht bewegen Und er heilt mich Mitten in so ner Zombie-Horde am besten noch Oh, ich liebe die Machete, man Durchschnetzeln Oh, so mega geil Das muss einfach so sein, Alter Oh mein Gott, was? Smoker Ähm Wo bist du? Da Shotgun? Ist die gut? Äh, ich glaub das ist die schlechte Die ist ganz gut Aber ich nehm wieder meine alte Oder nehm ich ne Uzi Ich bin ein Smoker Glaube ich Oder es war... Ne, Hunter Smoker? Smoker, shit, er hat mich Wo denn? Oben Am Felsen Schlag mich, dann fall ich runter Ja, danke Dreckiger Dreckiger W cow bye Sof, war?, ich hab' das Spiel vergessen Rööööööööρ Soki Boy Grace 2 Wadt du? Divisionир цы resistant Flash spielen Ja, wir hören Oh, ey, okay Alter, cham die über die Pädophilen Lachen darauf Are you Hast du das gelesen eigentlich, wir dürfen nicht ins Wasser springen, das ist verseucht oder so. Hier liegen Sniper übrigens und da ist Munition im Haus. Warte, da ist ein Hunter, da ist ein Hunter, Hilfe. Oh fuck. Na danke ey, ihr seid ja Helden ey. Habe ich gerade erst ein Commentary drüber gemacht, wann man einen als Feld sehen kann und ihr seid echte Helden. Ey, meinen habe ich dich noch gerettet am Ende, ja? Auch wenn du fast getötet wurdest, aber. Okay, vielleicht ist es doch nicht easy, ich weiß es nicht. Oder wir sind easy und wir versagen einfach nur gerade übelst. Ich glaube wir müssen hier über die Brücke. Hier gibt es Sniper und Muni. Ich weiß, habe ich eben schon gesagt, da ist ein Smoker hinter euch. Oh, 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 oh. Okay, one shot. Okay, kommst du? Jo, ich wurde nur geheilt und das tat echt gut. Lass das da unten. Boot, aber die Gäste. Luis hat mich hart von hinten geheilt. Oh. Warte mal. Alter, ich höre eine Witch. Was schlürfst du denn da, Karozo? Ich schwöre dir, ich habe eine Witch gehört. Alter, läuft eine Witch rum. Ja, warum auch mir dazwischen zu reden, Alter. Alter, läuft eine Witch rum. Wie geht das? Alter, Alter, hier ist eine Witch. Hier ist eine Witch. Oh Gott, wie ich Witches hasse. Hier ist doch gar keine Witch. Doch, doch, ich höre die. Oh, ich zau'n so leise hab, Alter. Hör' ich trotzdem noch. Alter, hast mich abgeschossen. Oh, liegt eine mit Silencer. Oh, Jockey, Jockey, Jockey. Mach die scheiß Tür zu. Bringt der Silencer... Oh Gott. Oh Gott. Es war der Tür, es war der Tür. Mach nicht die Tür auf. Äh. Das ist noch ein toter Zombie. Ich hab meine Machen nicht fallen lassen. Cool. Wo ist denn der Appe? Aber du hörst ihn auf, ne? Wow, der wirft dann mir wieder Pänen in die Hand. Hä? Was ist? Wow, was kommt denn? Ja, ich höre ihn. Oh Gott, das ist eine von den Ohren. Shit. Alter, ich höre diesen Jockey die ganze Zeit, ne? Ja, ich auch. Und wo ist die Witch? Okay, wir gehen weiter. Los. Wir dürfen nicht zu lange stehen bleiben. Oh mein Gott, dieser scheiß Jockey. Ich kann dann mal die Presse halten. Alter, ganz ehrlich, wo ist der? Okay, wir rennen einfach weiter. Okay, wir rennen einfach weiter. Okay, wir rennen einfach weiter. Rennen weiter. Es wird lauter, Alter. Äh, Mann, wo ist der? Kann er mich nicht endlich erwischen? Ich halte diesen Druck einfach nicht aus. Oh Gott. Oh Gott. Was denn? Was ist gerade passiert? Ich meine, dass da so komisch den Berg runtergerutscht gerade. Oh, hier, Jockey. Boah. Okay, okay. Hier liegt Kotze rum. Ich hab, ich hab einen Molotow. Ich, ich hab Pipebomb. Hatte ich schon verbraucht. Da liegt auch noch was drin, in dem komischen Zeta oder was auch immer das ist hier. Oh, ich glaub, das ist die gute Shotgun. Nein, das ist die scheiß Shotgun. Die braucht hier aber wirklich keinen Arsch. Doch, ich. Schubst mir nicht weg, hier, du Opfer. Vielen Dank.